Willkommen bei Minis Fashion Challenge. Mal sehen, was unsere zwei Mode-Expertinnen Hattie und India heute erleben werden. Ich glaube, ich weiß, um was es in der Challenge geht. Ja, ich auch. Gegenseitiges Haarstyling inspiriert durch mich, Mini. Ich freue mich auf deine Frisur. Und ich werde dir deine Haare abrasieren. Wehe, du tust das. Zum Glück steht Lottie Oshia ihn beim Stylen zur Seite. Sie ist ein echter Profi in einem der beliebtesten Salons Londons, in den auch viele Stars kommen. Bei Frisuren dreht sich alles um die Persönlichkeit und heute zählt Minis Persönlichkeit. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Kommt mit, hier lang. Zuerst ist India dran. Also Hattie, was machen wir heute mit Indias Haaren? Ich habe im Internet eine tolle Frisur gesehen, die India bestimmt stehen würde. Und sie erinnert mich sehr an Mini. Wie sieht sie aus? Also es wird aus den Haaren eine Schleife gemacht. Klingt super und ist auch wirklich typisch Mini. Ja. Lottie macht sich an die Arbeit. Hey Leute, India kriegt gerade ihre Frisur und ich habe für sie eine Schleife ausgewählt. Lottie macht ihren Job wirklich gut. Aber so sieht India momentan aus. Hallo. Und dann einmal einschlagen. Lottie zeigt Hattie das Geheimnis einer perfekten Schleife. Jetzt kommt der schwierigste Teil, denn es muss genauso aussehen wie die andere Seite. Damit sie gleich sind. Ihr zwei seid ein gutes Mini-Team. Sieht gut aus. Ich finde das schön. Ja, wirklich gut. Eine Frisur ist fertig. Jetzt ist Hattie dran. Was machen wir mit ihren Haaren, India? Ich würde ihr gerne zwei Mini-Ohren frisieren. Wie zwei Knoten auf dem Kopf. Aber geflochten. Das finde ich gut. Gefällt mir. Also wie eine moderne Mini. Ja. Ja. Jetzt bekommt India Profi-Tipps. Das Ende des Zopfes wird etwas toupiert. Also durch das Toupieren sicherst du den Zopf. Dann brauchst du keinen Haargummi mehr. Ja, genau. Denn Haargummis sieht man auch immer. Wie fühlt es sich an, Hattie? Ich finde es fantastisch. Das sieht gut aus. Du hältst mir. Die Mädchen sind beide gestylt. Perfekt. Ihr seht beide wie Mini aus. Aber verschiedene Minis. Echt klasse. Danke. Hattie trägt süße Mini-Ohren mit roten Bändern. Ein perfekter Look. Und du hast eine große, extrem süße Schleife. Ganz wie Mini. Du siehst damit etwas älter aus. Das mag ich. Und ich mag die Haarsträhnen an der Seite. Die Formen dein Gesicht. Sie rahmen es ein. Ja, ich mag sie. Also Lottie, was ist dein Top-Tipp, wenn man Haarstylistin werden will? Ich glaube, man muss immer die neuesten Trends kennen. Also sollte man viele Zeitschriften und Blogs lesen. Und man sollte zu Hause an Freunden üben. Die Mädchen haben den Mini-Stil toll hinbekommen. Woo, Girl Power. Aber es wartet schon eine neue Challenge auf sie. Wenn ihr mehr über Hatties und Indias Fashion-Abenteuer erfahren wollt, geht auf www.disney.de slash mini.